Moin Moin hier ist wieder euer Robin für euch ihr seht ich bin mal wieder unterwegs habe jetzt aber in Essen erst Zeit für euch die Begrüßung zu drehen ich fahre übers Wochenende nach Ramsdorf und ich habe mir gedacht ich mache mal so ein paar Szenen ein paar Impressionen von unterwegs ich habe euch schon mal die Fahrt über die Brücke über den Rhein gefilmt dann eine Zwischensequenz wo wir unterwegs waren zwischen Düsseldorf und Köln ich war unterwegs mit dem AEX mit dem AE1 ja und ich habe mir einfach mal gedacht so ein kleiner schöner Vlog es ist ja eigentlich kein Vlog das ist ja ein Zusammenschnitt Impressionen aber ich finde das sowas toll wenn euch sowas gefällt lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit den Impressionen keine Ahnung wie lange das Video wird das weiß ich erst nachdem das Wochenende beendet ist und ich wieder in Köln bin so und jetzt viel Spaß das engl da ist jetzt Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.